Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Mafia. So, wir sind hier in der Mission Ein großer Glückspilz und haben den Typen doch jetzt das ganze zweimal verfehlt. So, ich fahre in die falsche Richtung. Wobei wir eigentlich aber auch in die Richtung fahren können, weil wir wissen dann ja eh zum Tunnel. Ja, ich werde zum Tunnel fahren auf jeden Fall. Das heißt jetzt hier rechts und dann gerade durch und dann wieder rechts. Ja gut, was wollte ich sagen? Werde da vorne jetzt schon wieder so eine Karre? Wir haben hier jetzt ja zweimal verfehlt, den Typen, den Morello-Typen. Und tatsächlich, das ist doch so eine Karre, oder? Die würde ich ja mal gerne fahren. Aber echt? Wann ich die endlich mal fahren darf? So, was wollte ich sagen? Ja, zweimal verfehlt. Einmal an der Telefonzelle. Einmal haben wir ihn verfehlt an, äh, Dings. Äh, wo war das? Ah genau, mit der Autobombe. Da ist stattdessen die Tussi draufgegangen. Ja. Das war eigentlich nicht so geplant und, äh, der, ja. Der Tom wollte es auch nicht. Also, man muss schon sagen, es, äh, weist hier schon teilweise echt arge Parallelen zu dem ein oder anderen Film auf. Wo es auch um, äh, ja, Gangsterfilme, wo es um Mafiose geht oder so. Also, ja, Filme wie, äh, zum Beispiel der Pate, habe ich schon rausgesehen und mit der Autobombe zum Beispiel, dass da, ja, die Frau drauf geht. Habe ich, äh, gibt's in, äh, den Parten zwei, glaube ich. Also, wer das erkannt hat, Glückwunsch. Habe ich ja im letzten Part davon geredet. So, aber was wurde, ah, da vorne kommt schon wieder ein Bulle. Ne, der kommt hinter mir. Gut. Kann ich weiterfahren. So, und alles fahren da jetzt solche Autos rum. Irgendwie. Obwohl, ja, wir sind ja, die Zeit schreitet ja auch immer weiter voran. Und das heißt, neue Modelle kommen auf den Markt und so. Und dann haben wir natürlich auch modernere Autos da, die früher noch nicht rumgefahren sind, vor ein paar Jahren. Das ist richtig. Das entwickelt sich halt, ja, von, äh, Zeit zu Zeit, von Jahr zu Jahr, immer kommen neue Autos dazu und so. Und wie ich, äh, gehört habe, soll das in Mafia 2 auch so sein. Also, ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt auf Mafia 2. Wobei mir das Spiel hier jetzt auch noch Spaß macht. Also, ich hätte jetzt beinahe gesagt Spaß gemacht hat, aber es macht mir ja immer noch Spaß. Ich bin ja noch nicht durch. So. Halt auf den Parkplatz ab. Die Typen entschuldigen Sie. Oh, schau dir das mal an. Was zum... Wir haben eine Nachricht von Mr. Salieri. Was zum Teufel ist hier los? Oh nein. Nun, das ändert natürlich die Situation, Gentleman. Macht ihn fertig. Alter. So ist das. Und da ist wieder so ein großer Wagen. Ist das halt auch so ein Lasseter als Limmel? Ja, und was hat er da gemacht? Hat er jetzt vergessen, Munitionen einzupacken oder was? Der Lappen. So, jetzt muss ich aber erst mal gucken, dass ich hier verdammt nochmal die Typen abschlüttle. Alter. Wie soll ich die denn bitte schön abschlütteln, wenn ich nicht mal schaffe, überhaupt loszukommen? So, jetzt habe ich sie aber, glaube ich, veräppelt. So, wäre geil, wenn die Karre jetzt endlich mal auf Touren käme. Alter, warum kann die Karre mich besser wegschubsen? Was? Ah ja, komm, ist in Ordnung, ne? Warum kann mich so eine scheiß andere Karre besser wegschubsen als ich sie? Ja, komm. Schüttel sie ab, ja toll. Was ist jetzt mit Pauly? Der kommt nicht mit, oder was? Volllappen. Ach, komm. Ich glaube, ich fahre ihn ja am besten gleich selber um. So. Oder hockt er jetzt im Auto? Nö. Ja. Ich glaube, ich lasse ihn jetzt einfach da mal stehen. Mir ist sowas von wurscht. Ob das hier auch gleich wieder fehlschlägt. Ja. Polizei ist alarmiert. Unfall. Ich weiß jetzt gar nicht. Ah, der mit den sechs Lebenspunkten ist Pauly. Und. Alter. Ihr seid so fies. Ähm, hab ich eigentlich auch eine Knarre oder so? Ah ja. Ähm. Kannst du mal schießen? Da passiert gerade überhaupt nichts, was? Ja. Gut. Naja, Versuch. Okay. Das scheint wohl hart zu werden hier. So. Jetzt erst mal rückwärts fahren. Und ich fahre jetzt einfach mal rückwärts. Hier so weit wie möglich. Ja. Toll. Unfall. Fegt euch doch alle, Mensch. So. Hier durch. Komm. Komm. Wut. 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 So. Und jetzt einfach abhauen. Ja. Jetzt sind schon zwei. Klar. So. Hier fahre ich jetzt lang. So. Ja. Geschwindigkeitsüberschreitung. Leckt mich doch. Ihr blöden. Poolen. Ihr blöden. So. Ich fahre hier lang. Komm. Oh. Da ist schon der Tunnel. Hä? What the fuck? Ah ne. Das ist nicht. Ach. Ganz woanders sind wir hier. Alter. Geschwindigkeitsüberschreitung. Ja. Ist in Ordnung. So. Zurück zu Salieres fahren. Alter. Nein. Alle Polizisten wurden alarmiert. Ja. Toll. Musste da jetzt so ein scheiß Bulle auftauchen oder was? Ach. Come on. Toll. Jetzt habe ich die Mafios hier abgeschüttelt. Kommt da so ein paar blöde Bullen. Was gibt's doch nicht? Könnt ihr mich nicht in Ruhe lassen? Ja. Blöd Mann. Was stehst du auch da auf der Straße rum, ha? Ja. Super. Sackgasse. Was mache ich denn auch? Ich glaube, das wird wieder nichts. Ah. Come on. Das ist ja echt so ein verdammter scheiß Glückspitz. Das gibt's echt nicht. Was der einen lackert, dieser Kerl. Bin ich hier eigentlich? Keine Ahnung. Ähm. Ja. Ich glaube, ich fahre hier mal weiter lang. Und jetzt hier. Alter. Die müssen natürlich nochmal ein Stückchen besser da vorankommen als ich, ne? Das ist so gemein. So, jetzt fahren wir hier durch. Alter, die Stelle kenne ich. Die Stelle kenne ich noch von ganz am Anfang. Da bin ich auch schon mal durchgefahren. Könnte dann vielleicht auch mal so ein scheiß Polizeiauter irgendwo gegen Krachen als Stadt. Ich? Alter. Ich glaube, die Karre hält nochmal lange durch, wenn es so weiter geht. Mann, die, die Bullen sind, die Polizei ist hier echt fies in dem Spiel. Um das mal klarzustellen. Nein, die, die kommen ums Verrecken überall durch. Aber echt. So, aus dem Weg. So, aus dem Weg. Endlich hängt da mal sich einer an der Laterne auf. Ah, fuck. Ja, der ist natürlich schon wieder hinter mir. So ein dummer Drecksack. Ja, ich weiß, ich bin gesucht. Toll. Ah, come on. Könnte das jetzt mal ein bisschen besser für mich laufen hier. Ja, ich habe hier nicht mal gerade eine Waffe, die geladen ist, oder was? So, was macht die Bahn? Die können wir doch hier als Deckung nutzen. So. Nein, kann man natürlich nicht. Super. Super. Ach, ja, genau. Lauf mir vor die Füße, du dummer Bulle. Alter, wie lange mache ich denn noch hier rum? Ich glaube, ich sollte es wirklich bleiben lassen und einfach, äh, keine Ahnung. Ich glaube echt nicht. Ich, ich stehe jetzt aus. Und knall die, und knall die, was? Ich wollte ihn abknallen, Mensch. Kann das nicht auch, man, das gibt's doch wohl nicht. So, das muss ich eh neu laden. Toll. Toll, leck mich doch am Arsch. Kannst du jetzt mal machen, dass du da reinkommst? Super. Super. Ja, toll. Ey, sag mal. Was soll? Kann. Was ist denn das für ein Scheiß? Mistkache. Fahr. Die sind schneller in ihren Autos drin, als ich losgefahren. Das gibt's doch wohl nicht. Gibt's echt nicht. So, jetzt fahr ich erst mal hier lang. Ach, komm. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Warum kann jeder abdrängen, nur ich nicht? Die haben auch schneller gewendet, als ich. Ja, die stehen sofort wieder auf der Straße. Ja, als ob. Die haben sich doch gerade festgefahren. Nein, die stehen jetzt schon wieder auf der Straße. Alter, ich hätte die gerne erst mal abgedrängt. Und zwar richtig. Was soll die Scheiße? Warum hab ich eigentlich immer das schwächere Auto? Egal wie es ist, ich hab immer das schwächere Auto. Oh, das gibt's doch nicht. Das gibt's echt nicht. Diese Mistkerle. So, wenn ich jetzt auch noch Platten schon wieder hab. Oh, nein. Ach, ja, komm. So, Mistkache, fahr. So, ich fahr jetzt hier auf dem Gehweg lang. So. So ist fein. Ja, natürlich. So, hier fahr ich lang. Und er ist da. Mal gucken, ob das klappt. Verhindert es mit dem Abhängen doch ganz gut geklappt. Mann. So, hier nochmal abbiegen. Meine Fresse. Aber auch. Ja. Scheiß Bullen. Ja, geht, fahrt mir nur alles so blöd im Weg rum, dass ich netz, äh. Ja, warum nicht? So, jetzt fahren wir schön gemütlich heim. Hier mit, äh, Geschwindigkeitsbegrenzer drin. Mann. Aber die Bullen sind aber auch so lästig in diesem Spiel. Das gibt's nicht. Ich hätte sofort, als das mit den Bullen losgingen, dass die mich nicht mehr in Ruhe lassen, hätte ich sofort laden sollen. Das hätte mir viel erspart. Nö. Aber es wollte unbedingt nicht funktionieren. So, hier müssen wir lang. Glaub ich jedenfalls. Ja, da geht's über die Brücke und dann sind wir da. Und dieser Drecksack von Glückspilz hat ja echt mal wieder Pech, dass, äh, ich würde sagen, Pauli hat versagt. Der hat irgendwie kein Muni mitgenommen. So ein Lappeduddel. Aber echt. Und dafür machen wir hier, äh, Stadtrundfahrt. Spazierfahrt in der Stadt oder so. Wie auch immer. Kann ich eigentlich auch irgendwie hier noch eine Sichtweite erhöhen oder so? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Muss ich mal gucken. Aber erst fahren wir heim. So. Ich sage Gott sei Dank nicht mehr weit. Aber das hat mich ja schon hier adenlich genervt. Erst diese Mafiosi, die einem ums Verrecken. Aber es ist, es ist aber auch wirklich so. Hier kann jeder Gegner, jeder Polizist, ums, ja, kann mit seinem Auto mich immer abdrängen. Und ich kann ums Verrecken nie dagegen halten. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch, ob das heißt, im Auto liegt, so ein bisschen. Aber wenn ich mir das so betrachte, dann ist, das ist, das ist immer so. Dass die Bullen einem immer abdrängen können. Egal, wie man es macht, so. Ich fahre eine Abkürzung. Hier durch den Park. Ja, wie weißt du, wenn du aufpasst? Blöd, Mann. So, die scheiß Bahn, könnt ihr mal weiterfahren? Ja, genau. In die Richtung hättest du nicht weiterfahren sollen. Nein, in die andere. Dumme Bahn, du. Ja. Vollidiot. Was musst du auch im Weg rumstehen? Du musst mich doch kommen sehen. Nach so vielen Fehlschlägen gab Salieri den Job an jemand anders. Ich ging nur als eine Art Versicherungspolice mit ihnen. Setz dich hin und sieh zu, damit du nicht noch einmal alles verboxt. Ich bin nur als eine Art Versicherungspolice mit ihnen. Amateur. Ich glaube, da wird es jetzt mächtig irgendwas noch schief gehen. Das sieht irgendwie gefährlich aus mit seiner breiten Nase. Hört wohl öfter schon was, öfter mal einen draufgekriegt, hm? Oh, Entzug. Cool, der erste fette Zug, den man sieht. Oh, war ja. Der hat ja Mordsgeschwindigkeit schon drauf. Bäm. Oh, schade. Ich dachte eigentlich, dass das Auto jetzt zertrümmert wird, aber nö.